Herzlich Willkommen zu Matilda Bisitz! Wir sind wieder in der Schweiz und zwar im Feuerwehrmuseum in Basel. Das hat nur einmal in der Woche offen, und zwar am Sonntag von 2 bis 5 Uhr. Aber der Eintritt ist frei, und darum schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Hallo, hallo, hallo! Wir kommen jetzt in Viertel. Hallo, ich bin 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 in Viertel. Und wer heisst du? Der Dase. Und du weisst du, wo der Gäli-Hydrant herkommt? Nein. Der kommt aus Rinnach. Schöne Feuerwälder, gell? Schöne Feuerwälder, gell? Und du weisst du, dann kannst du dort unten gehen. Und dann kannst du dort unten gehen. Und dann kannst du dort unten gehen. Mit dieser hier konnte man ins Feuer reingehen. Oder ins Feuer reingehen, wenn es gerauchig ist. So sehen sie aus. Sie haben eine Jacke und einen Helm an. Und einen Gürtel mit einem Karabiner dran. Wenn man Luft gesucht hat, müssen... Das liegt. Was sind dir? Ciao, ciao. Hast du das toll gesehen für ihr beim Museum? Ja, gut. Tschüss.